Hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch die neuen Offset Haken mit Spirale vorstellen, erhältlich in den Größen von Größe 4, 2.1, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 und 5.0. Die kleinen Größen, die 4, 2, 1.0 eignet sich ideal für das Forellenangeln, sowie für kleine Barschköder beispielsweise, Forellenköder oder zum Döbelangeln und so weiter. Die größeren bis zum 5.0 ideal für Zanderhecht und so weiter. Zu den Haken selbst, wie ihr sehen könnt, ich zeige es euch mal kurz, verfügen die Offset Haken über eine große Öse, an welcher gleich die Spirale verbaut sein wird. Die Spirale, welche man dann in den Kopf des Köders schraubt, zeige ich euch mal kurz zur Montage hier. Man nimmt einfach einen Köder fest, der billigen Länge und dann mit dem passenden Haken hierzu. Dann wird die Spirale in den Kopf geschraubt. Wenn man hier jetzt noch sehen kann, super Spiel hat der Köder hier drauf und dann wird der Köder entsprechend im Köder montiert und fertig geangelt werden kann. Das kann natürlich in verschiedene Formen, an der Dropshot-Montage, ein Jeboraska-Rick mit dem Jeboraska-Blade vorne dran, sowie auch beispielsweise im Texas oder Carolina-Rick oder auf freier Leine, je nachdem für welche Angelverhältnisse man sorgt. Ideal sind auf Köder, die geschlitzt sind, oben und unten. Hier kann man beispielsweise auch den Haken dann entsprechend im Köder versenken, sowie weiter oben platzieren, wenn man auch im Krautbereich angelt, die Hagenspitze leicht in den oberen geschlitzten Bereich einführen, um einfach Hänger zu vermeiden. Und wenn man hierbei mit weichen Ködern angelt, wie ihr hier schon sehen könnt, auf dem Film hat man eigentlich auch minimale Verluste bei der Attacke des Fisches, sprich beim Biss. Der Hakeffekt ist somit perfekt. Auch geeignet für beispielsweise kleine Köder, zum auf Forellenangeln, so wie ihr jetzt hier sehen könnt ihr mal ein 12 cm Hechtköder, ideale Zanderköder, mit dem Haken jetzt in 4.0 montiert, so wie ihr auch kleine Gummifische oder extra kleine Köder für Barsche oder Forellen, wie ihr sehen könnt. Erhältlich sind neue Offset-Haken ab sofort bei eurem Händler. Es sind immer 5 Haken im Päckchen, mit Stahl im Stahl montiert, die größeren und dann je nachdem wie groß der Haken, wird der Stahl immer dünner, um es einfach immer ideal dem Köder und der Hakenform bzw. der Angelart anzupassen. In diesem Sinne testen Sie mal aus, weil ich alle viel Erfolg am Wasser. Bis zum nächsten Mal.